Musik Das Produkt AGI Plus, welche Vorteile hat es, weshalb haben wir es aufgelegt? Das Produkt AGI Plus begann vor etwa fünf Jahren, erstmal mit Entwicklung von drei Jahren und mit einem Invest von über drei Millionen Euro in neue Beschichtungstechnologie. Wir haben diesen Schritt mit ITG gewagt oder für ITG gewagt, um gemeinsam etwas Neues zu schaffen, nämlich das Thema AGI Rohrleitungsbeschichtung komplett neu zu beleuchten. Wir beleuchten von der Herstellung, also vom Thema Ökologie her, während der Herstellung, Effizienz bei der Herstellung, Verfügbarkeit etc. über die Lieferung und das Handling bis zum Verbau, bis zur Nachbesserung, die der Monteur machen muss, bis zur Garantie, die auf der Baustelle vorliegt und bis zu späteren Überarbeitungen und bis zur Entsorgung nach Ende der Lebenszeit. Wir haben im Vertrieb das Augenmerk darauf gelegt, dass man gekennzeichnete Produkte hat, dass man entsprechend alle ökologischen Zertifikate hat oder erwerben kann, dass wir mindestens zwei Generationen Vorsprung haben, die höchste Verfügbarkeit, einen günstigen Preis, also einen kompletten Allrounder. Weshalb ist das möglich? Weil wir die gesamte Produktion und Investition genau darauf abgestellt haben und haben das Produkt komplett durchgedacht. So haben wir jetzt vorliegende spezielle Polymerbeschichtung, die auch exklusiv nur für ITG vorliegt und auch so gekennzeichnet ist, die energiesparend hergestellt wird, die schadstofffrei hergestellt wird, eine hervorragende Ökobilanz hat, eine geprüfte, stabile Qualität hat, die auch regelmäßig überwacht wird. Das heißt, wir haben Zertifikate vom Institut für Lacke und Farben über das Produkt. Wir haben Langzeittests, wir haben UV-Tests, wir haben eine TÜV-Zertifizierung auf das Produkt konkret, selbstverständlich auch auf den Betrieb. Es wird gefertigt unter der ISO 9001 und so haben wir gemeinsam jetzt mit euch, ITG, einen hervorragenden Rundumschlag gemacht, ein Produkt fertig zu denken und das dann auch konsequent umzusetzen. Die Reise über drei Jahre war sehr aufwendig, aber ist auch nicht beendet. Wir haben eine Produktvielfalt jetzt oder eine Vielfalt in der Verwendung, die wir anstreben, beginnend mit verschiedenen Enden, geschlossenes Ende, Kappenende, offenes Ende bzw. Schweißende. Wir haben eine Vielfalt der Teile. Wir beschichten nicht nur Rohre, sondern mittlerweile alle Anbauteile, die man braucht. Wir haben eine Vielfalt entwickelt in der Schichtdicke. Es gibt zusätzlich AGI C5 beispielsweise. Es gibt AGI 240 für besondere Anwendungsfälle. Wir beschichten mittlerweile alle Formteile zum Kuppeln, die man braucht, Viktualik oder ähnliche Systeme. Wir beschichten Flansche und bereiten die so vor, dass sie sehr einfach zu verschweißen und später zu beschichten sind. Und so haben wir jetzt eine wundervolle Basis, auf der wir weitere Zertifikate erwerben können, weitere Produkte anstürzen können, den Markt revolutionieren. Es gibt beispielsweise keine Viktualik-Kupplung in C5H bisher, aber nur bisher. Wir haben sie gerade in Arbeit. Zum Fertigdenken des Produkts gehörte auch ein entsprechend lösemittelfreies System zur Ausbesserung auf der Baustelle, welches universell verwendbar ist, welches keine Transportschwierigkeiten etc. macht. Wichtigstes Augenmerk war auch die Kratzfestigkeit, die Stabilität, die Optik des Rohres. Obwohl es isoliert wird, haben wir einfach wirklich eine ansprechende Oberfläche, eine neue Oberfläche. Und so können wir jetzt richtig beruhigt und mit Energie einsteigen in die nächste Generation 4, 5, 6, 7 des Themas AGI Plus für ITG. Und so können wir uns in die Möglichkeit erstellen, was die Kratzfestigkeit zu werden können. Und dann können wir uns in die Schmerzen, die Kratzfestigkeit zur Ausbesserung anstellen. Und durch die Kratzfestigkeit zu werden können. Und dann können wir dann einfach um der Kratzfestigkeit weiterentwickeln. Und dann damit wir uns wieder auf die Kratzfestigkeit zu werden.